jo liebe leute was geht da draußen der unke zock hier am stadt heute zeige ich euch ein gemodeltes rennen es macht wirklich viel spaß leute ich muss ganz kurz davor sagen es ist wirklich eine sehr lange strecke ich glaube 10,25 kilometer also knapp 11 kilometer bzw 10 eineinhalb kilometer und deshalb dauert das video etwas länger also knapp viereinhalb minuten sogar ja viereinhalb minuten leute und deshalb ich konnte es wirklich nicht noch kürzer schneiden weil ich wollte den abonnenten auch den gefallen tun wie schon versprochen dass ich das video vollständig zeige beziehungsweise die vollständige rennstrecke weil früher habe ich immer so zwischendurch das video geschnitten und jetzt habe ich gesagt ich präsentiere das video vollständig klar ab und schneide ich das video aber trotzdem zeige ich die vollständige strecke dabei und ja ansonsten was ich euch noch verstanden wollte falls ihr fragen habt über mich was ihr gerne wissen wollte stellt mir die fragen und ich suche mir ein paar fragen raus und werde das in den nächsten videos beantworten schreibt einfach unter den kommentaren was was euch so interessiert ich werde mir ein paar fragen raussuchen und dann auch beantworten ansonsten ja die rennstrecke hat wirklich spaß gemacht ja ich habe mit weiteren zwei abonnenten gezockt und das hat wirklich wirklich spaß gemacht leute hier gibt es echt so viele rampen mir glaubt es nicht und ja wie ihr sehen schon könnt springe ich bereits über eine rampe und hier gibt es wirklich sehr viele rampen leute auch sehr große rampen sehr lange rampen und was ich dazu sagen möchte wie gesagt zehn eineinhalb kilometer knapp beträgt die strecke soweit ich das weiß aus dem kopf es funktioniert wirklich auf der plästisch 4 reibungslos leute so jetzt möchte ich noch mal ganz kurz weil wir schon wenn wir schon die zeit dazu haben möchten wir es noch mal kurz erklären in dem letzten gemode rennen meinte einer für die plästisch 4 funktioniert das nicht es funktioniert wirklich auf plästisch 4 immer weil wenn ich das auf ihren plästisch 4 zockt und ich stehe ich zockt generell nur auf der plästisch 4 und das funktioniert wirklich auf plästisch 4 ein kleines tipp erstens geht auf solche club loggt euch ein einloggen auf social club bild oben rechts die konsole bei plästischen 4 und dann erst klickt auf den link plästischen 4 link und falls ihr immer noch nicht auf die mission landet macht ihr aktualisiert die seite und geht noch mal auf den link dann sollte es 100 prozent funktionieren bei mir hat das immer so funktioniert ich werde mal schauen ob ich für die plästischen 3 so wie xbox one xbox 360 auch den link finden werde aber leute falls nicht keine sorge ich finde euch dafür ein alternative gemode brennen also ich verspreche es euch wirklich weil ich habe jetzt auch gesagt so falls ich keinen finden das war in der vergangenheit ja immer so dass ab und zu mal für xbox 360 keine link zur verfügung stand und ich kein link hinzufügen konnte jetzt habe ich mir das in zukunft einfach anders überlegt falls ich nicht dieselbe strecke finden finde ich euch trotzdem eine weitere interessante strecke dass es auch auf der xbox one xbox 360 funktionieren wird somit macht euch bitte keine sorge ich werde mich fleißig dazu bemühen und euch den link auf xbox one xbox 360 finden also macht euch da keine sorgen falls das nicht klappen sollte werde ich euch trotzdem einen weiteren interessanten rennen präsentieren dass es auf xbox one xbox 360 funktionieren wird leute ja ansonsten ja würde ich mich sehr freuen leute wenn ihr mich fleißig in zukunft weiterhin unterstützt und erst mal wirklich 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 ein riesen dankeschön an die treuen fans da draußen wir haben vor kurzem die 4000 abonnenten marke geknackt das ist wirklich so geil leute ich hab ich kann es einfach nicht vorstellen im januar 2015 hatte ich gerade mal die 700 abonnenten marke geknackt also es ist unglaublich und ist schon bei 4000 abonnenten das ist unglaublich januar 2015 waren wir bei 700 abonnenten leute und jetzt schon bei über 4000 abonnenten recht geil einfach ein riesen dankeschön leute ist einfach die besten mal verdammt ich kann das nicht so begeistern ich bin so begeistert leute ist einfach die besten und ich würde mich extrem in Zukunft freuen wenn ihr mich weiterhin fleißig unterstützt drückt auf einen daumen hoch falls ihr das video gefallen wer mich noch nicht abonniert hat könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren ich würde mich sehr freuen leute euer ongzock bedankt sich jetzt ich wünsche euch noch einen angenehmen abend jetzt ist es kurz nach halb zehn leute das video haue ich gleich raus euer ongzock